Begleitet uns heute zu den schaurigen Altweibernächten hier im Tripsdrill. Hallo meine Damen und Herren, dass ich wieder eingeschaltet habe zu einem neuen Video hier aus Tripsdrill. Obwohl es eigentlich das erste Video ist, was ich hochladen werde. Aber wir haben heute schon einen Tag in Tripsdrill verbracht. Und jetzt geht es auf die schaurigen Altweibernächte. Mein erstes und mein einziges Halloween-Event dieses Jahr. Und genau, wir stehen schon bereits in der Schlange. Man muss den Park nämlich verlassen, die Tageskäste, um dann zu den schaurigen Altweibernächten rein zu dürfen. Das Ticket kostet 22 Euro für den Abend. Es gibt vier Maces und eine Gruselzone. Das zeige ich euch später noch auf dem Flyer. Und es gibt auch Fastpässe. Also ein Kombi-Ticket für 39,50 Euro, glaube ich. Da hat man dann Fastpässe zu den Maces. Aber das war leider schon ausverkauft, als wir gebucht haben. Und deswegen gab es das nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns ganz normal anstellen. Mal gucken, es ist schon einiges los hier in der Schlange. Und ich gucke mich, glaube ich, acht Millionen andere Menschen an, wie ich hier gerade stehe. Aber das ist in Ordnung. Die erste Mace, die wir heute machen wollen, ist Endstation. Und die Maces hier haben eine Geschichte, ein Storytelling. Und im Endstation steht hier im Flyer. Der sagenumwogene Schwabenexpress nimmt sie am Treffensdrill mit auf eine Reise in die Berge. An Bord des Zuges geschehen mysteriöse Dinge und das Unglück nimmt seinen Lauf. Alle Maces sind übrigens ab zwölf Jahren geeignet. Aber Kinder zwischen zwölf und sechzehn Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein. Ich bin sehr gespannt. Filmen ist leider nicht erlaubt mit den Maces. Aber ich erzähle euch dann danach, wie es mir gefallen hat. Du kommst dann nie wieder raus, verspreche ich dir! Herzlich willkommen hier an der Endstation. Geht's euch gut? Seid ihr bereit? Ja! Ihr werdet die Fahrt genießen, glaubt mir. Erste Klasse, volles Programm. Betten, Essen, alles was es so gibt. Kommt nur mit mir mit. Wir sind jetzt durch Endstation, also man fährt nicht mit einem Zug oder so. Man läuft im Prinzip durch verschiedene Zugabteile, zum Beispiel die erste Klasse oder so. Und ja, also ich finde es wirklich sehr gut gemacht. Ein paar Jumpscares, aber alles human. Also ich bin ja so, ich antworte denen ja, wenn die fragen, wie habt ihr Hunger oder so, dann sage ich was dazu. Ja, also wie gesagt, wir interagieren mit den Schaustellern, genau. Verschiedene Räume, wie gesagt, auch Blitzeffekte tatsächlich. Ein bisschen dunkel, Nebel, aber wie gesagt, alles relativ human. Ja, die Schausteller sind super. Also für die erste Maze, muss ich sagen, bin ich schon sehr begeistert. Wir stehen jetzt bei Erntet Furcht an und also die Schlange ist extrem lang. Also ich schätze eineinhalb Stunden, Sina sagt zwei Stunden und der Park hat ja nur noch bis 10 Uhr offen. Also wenn überall so viel los ist, werden wir auf gar keinen Fall alle Maze es schaffen. Ja, der Fastpass wäre dann hier sehr praktisch gewesen, aber der wäre natürlich ausverkauft, als wir gebucht haben. Wir hätten die sonst natürlich auf jeden Fall gekauft. Also ich glaube, der Fastpass hier vor allem an einem Samstag. Wir haben heute nämlich noch mit jemandem gesprochen, der hier auch in den Maze es arbeitet. Jetzt muss ich mal kurz mit meinem Hocker hier weiter gehen. Ja, ich habe wieder meinen Sitzhocker dabei, die letzte Woche ein Pistillent. Er meinte, freitags ist immer generell weniger los als samstags. Also ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht kommt ihr freitags oder holt euch den früh genug den Fastpass. Das ist eine Wahrsage. Nein, ich habe keine Strauchstelle. Das ist so. Ah! 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 Ich denke, das ist bei dir. Oha. Oha, weißt du meinen fucking Namen, Alter. Grausel Katastrophe. Wer hat die VIP verraten? Ich mich selber wahrscheinlich letztes Jahr. Wir sollen dich küssen von unseren Followern. Ach du Scheiße. Okay, dann viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, worum es eigentlich in der Erntet-Furchtscheune geht. Wir sind jetzt eine Stunde am Anstehen, aber demnächst dran. Also eineinhalb Stunden werden es nicht. Aber auf jeden Fall mehr als eine Stunde. Es geht mitten in einer kühlen Nacht, bahnen sie sich durch den Weg zu einer verlassenen Scheune, die ihre eigene Geschichte erzählt. Genau. Auch wieder ab zwölf Jahren. Bin gespannt. Wir sind jetzt aus der Maze raus und haben jetzt ungefähr eine Stunde fünf gewartet. Man geht halt durch eine Scheune, auch durch verschiedene Räume. Zum Beispiel auch, wo man vielleicht menschliche Schweine sieht. und auch echt gut gemacht. Was ich wirklich sagen kann, dass mir die Darsteller tatsächlich am besten gefallen in den Maze. Die sind richtig interaktiv und machen echt gut mit. Und was ich auch positiv sagen kann, in den Warteschlangen, man hat ja jetzt lange gewartet, kommen ja auch, habe ich euch ja vorher schon gezeigt, kamen auch viele von den Mitarbeitern und haben einen bespaßt. Also ja, echt positiv. Aber ab zwölf, also mit zwölf Jahren hätte ich mich nicht in die Maze getraut. Das heißt, ich würde die Maze nicht ab zwölf Jahren empfehlen, auch wenn die Eltern dabei sind. Weil ich glaube, ich hätte einen Trauma nach den Maze. Aber ja, was mir jetzt besser gefallen hat, ich glaube, Endstation fand ich noch ein bisschen besser als Ernte, die in der Scheune. Ernteflucht? Was ist das? Erntefurcht? Erntefurcht, glaube ich. Erntefurcht. Und hier könnt ihr mal die Wartezeiten sehen für die Maces. Zwischen 50 und 75 Minuten. Unter die Haut haben wir tatsächlich auch noch nicht gemacht. Aber sonst fehlt jetzt noch im Bann des Abenteuers und unter die Haut. Also die längste und die kürzeste Wartezeit. Also das ist allein hier jetzt die Schlange fürs Essen. Klar, es gibt verschiedene Essensstände und Getränkestände, aber auch die Glühweinschlange war genauso lang. Also ich bin der Meinung, dass zu viele Tickets für die Kapazität verkauft wurden. Also entweder man erhöht die Preise und senkt die Kapazität oder keine Ahnung. Aber es sind auf jeden Fall viel zu viele Leute für die... Also es sind viel zu viele Leute im Park für die Sachen, die angeboten werden. Weil im Prinzip hat man ja nur drei Stunden von 7 bis 10 Uhr was von der Veranstaltung. Und wenn jede Mace eine Stunde Wartezeit hat, dann kann man sich ja ausrechnen, dass man an einem Abend nicht alle Maces schafft. Also wenn Samstag ist. Da seht ihr jetzt mal die Preise. Eine Bratwurst kostet 3,90. Currywurst mit Brötchen 4,50. Currywurst mit Pommes 7,50. Es gibt auch schummrig heißen Wein, also Glühwein für 3,50. Und alkoholfreier Peisapunsch kostet 3,20. Jetzt hier mal so. Ein paar Preise. Also das hier ist die Schlange für den Glühwein. Und so sieht es überall aus fürs Essen. Für die Tränke. Das ist die Schlange für Carajo. Auch über eine Stunde locker. Und die Maces habe ich euch davon gezeigt. Also ihr könnt mit sehr sehr langen Wartezeiten rechnen. Wir stehen jetzt hier bei unter der Haut an. Die Jungs und Brina hatten sich ja vorher schon angestellt, als ich mir was zu essen geholt habe. Genau. Jetzt geht es dann in die Mace. Und ich glaube, die vierte Mace schaffen wir nicht mehr. Wir werden es versuchen anzustellen, aber das wird zeitlich sehr knapp. Wir haben jetzt... Wie viel Ohr haben wir, Frau Fischer? Halb. Halb zehn. Ja. Wir sind jetzt aus unter die Haut raus. Und ich habe euch vergessen zu erzählen, worum es denn da geht. Gepackt vom Wahn des Perfektionismus hält eine wahnsinnige Schneiderin ihr Leben. Am seidenen Faden. Keiner wird mit heiler Haut davon kommen. Und das ist tatsächlich die neueste Mace. Aber für mich tatsächlich die schlechteste gewesen. Ähm... Ich kann es gar nicht definieren, warum. Ähm... Was sagst du Sinan? Was würdest du sagen? Warum? Also gefühlt waren die Leute viel zu langsam gelaufen. Ja, das Tempo der Vorg... Ja, die Vorgänge waren halt tatsächlich zu langsam. Ähm... Das heißt, wir haben sie eingeholt. Und dementsprechend waren natürlich die Scares dann nicht mehr... Ähm... Überraschend. Oder... Da waren halt schon die Leute draußen. Deswegen war es dann halt... Ähm... Ja... Ein bisschen schade. Also für mich jetzt... Äh... Da sind einige Geschichten überliefert. Aber längst nicht alle. Eine magische... Ein magisches Gemälde im Haus der Abenteuer öffnet einen Blick in eine bisher unentdeckte Welt. Wir haben doch jetzt alle vier Mazes geschafft. Also anscheinend haben sie um 10 Uhr dann die Schlangen geschlossen. Ja... War... Auch eher einer der... Schwächeren Mazes. Ähm... Fand ich jetzt. Ähm... Gab hier und da natürlich einige sehr interessante Momente. Aber... Bei mir bleibt immer noch... Endstation auf Platz 1. Und zweite... Dann die Scheune. Als drittes... Würde ich das mit dem... Mit dem Puppenhaus... Machen. Da kommt grad jemand. Ja... Äh... Die gehen jetzt auch schon nach Hause. Genau. Also tatsächlich so wie sie... So wie wir die Mazes besucht haben... So würde ich sie auch ranken. Von 1 bis 4. Was wir jetzt leider nicht geschafft haben, ist die... Scare Zone auf dem Jahrmarkt. Weil der war auch eine lange Schlange. Und... Die haben wir jetzt leider... Da nicht mehr geschafft. Weil... Wir haben jetzt glaube ich schon... Was haben wir? Es ist halb 11. Ja zum Abschluss des Tages muss man bei der Toilette auch wieder anstehen. Genau. Wir haben jetzt halb 11. Wir haben es tatsächlich geschafft. Also... Attraktionen und Mazes haben wohl bis einschließlich 10 Uhr geöffnet. Und dann schließen die Attraktionen und auch die Mazes. Wie gesagt... Die Scare Zone haben wir nicht. Kannst du nicht? Nee... Weil... Wir sind... Aber wenn ich weiter weg hier schließe. Der Brin hat grad parallel gesprochen. Ich dachte ich rede leise. Aber ich hab sie wohl aus dem Konzept gebracht. Ähm... Genau. Also das heißt... Ähm... Ja... Eine Sache haben wir nicht geschafft. Und... Was ich halt... Ähm... Schon vorher angemängelt habe. Ich glaube es ist zu günstig. Und es sind zu viele Menschen hier. Äh... Vor allem an einem Samstag. Ähm... Schade. Aber... Die Mazes an sich fand ich schon schön. Vor allem die... Die Actors in den Mazes haben sich echt Mühe gegeben. Das ähm... Ist ja auch nicht vom Park selbst soweit ich das weiß betrieben. Sondern von... Den... Das ist glaube ich ein Verein oder eine Organisation. Die das dann hier jedes Jahr macht. Genau. Unter die Haut war ja die neueste Attraktion oder die neueste Maze. Aber für mich war Endstation immer noch am besten. Und... Ja... Das war jetzt hier unsere... Meine erste und einzige Halloween Veranstaltung dieses Jahr. Und... Habe ich ja schon mal gesagt. Äh... Für Kinder ab zwölf Jahren finde ich es nicht tatsächlich... Also ich würde mein Kind glaube ich nicht ab zwölf Jahren da reinstecken. Aber das ist natürlich... Jedes Kind ist da anders. Und... Ähm... Aber ich hätte als zwölfjähriger auf jeden Fall Angst in den Mazes. Aber ich bin ja auch ein sehr schreckhafter und ängstlicher Mensch. Was sowas angeht. Ich gucke ja auch keine Horrorfilme. Ja... Das war jetzt unser Abend hier. Sehr durchwachsen. Ähm... Aber wir hatten dennoch... Ähm... Viel... Viel Spaß. Ja ich hoffe dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, dass bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Drückt auf die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! 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 Ciao!